Während Daniela am Heranwachsen war, wussten Ron und ich, dass sie von Depressionen geplagt wurde. Es war derselbe Teufel, dem auch mein Mann und ich uns täglich stellen mussten. Es war also nicht schwer, die Anzeichen zu deuten. Als ihr Zustand sich verschlimmerte, bemühte sie sich nicht mal mehr, die Schnitte an ihren Armen zu verstecken. Als sie die Oberschule absolviert hatte, konnten wir sie nicht mehr zwingen, einen Psychologen aufzusuchen oder sonstige Eingriffe zu ihrem Wohl zuzulassen. Sie saß einfach nur in ihrem Zimmer, die Tür abgeschlossen und aß nicht mehr als fünf Mahlzeiten in der Woche. Wenn sie mal rauskam, war es schon lange, nachdem ihr Vater und ich schlafen gegangen waren. Sie wurde schon einige Male von der Polizei nach Hause gebracht, für unbefugtes Betreten von Friedhöfen oder Dächern von lokalen Geschäften. Sie stand aber nie nah genug an der Kante, um die Polizei glauben zu lassen, es sei ein Selbstmordversuch. Psychologische Beobachtung wurde also nie in Betracht gezogen. Sie wurde als rebellierendes Kind abgestempelt und nach Hause gebracht. Daniels Verhalten wirkte sich enorm auf die Beziehung von mir und Ron aus. Wie schon gesagt, wir beide kennen Depressionen. Wir gehen aber unterschiedlich damit um. Während ich schrie und weinte, war Ron schweigsam und grübelte. Ich wusste aber, dass sein Schweigen durch gelegentliche Wutausbrüche unterbrochen werden kann. Eines Abends wurde Daniel bereits zum dritten Mal in einigen Monaten von der Polizei nach Hause gebracht. Als die Polizisten gegangen waren, fing ich an, Daniel für ihre Rücksichtslosigkeit anzuschreien. Sie starrte mich nur an und murmelte irgendwelche Obszönitäten, wie sie es immer in solchen Situationen tat. Ron, der das Ganze finster dreinblickend beobachtet hatte, schritt durch den Raum auf uns zu und ohrfeigte Daniel. Sie fiel zur Seite hin, ihr Kopf hinterließ eine Delle in der Rehgipsplatte der Wand. Sie versuchte sich aufzurichten, doch er schlug sie erneut. Dieses Mal blieb sie unten. Als ich zu ihr eilte, um zu sehen, ob sie okay war, stürmte Ron aus dem Haus. Von dem üblen Handabdruck in ihrem Gesicht abgesehen, schien es ihr ganz gut zu gehen. Als sie den Schock verarbeitet hatte, rannte sie aus der Küche, die Treppen hoch und schlug hinter sich ihre Zimmertür zu. Keiner von uns bekam sie in den nächsten Tagen zu Gesicht, aber manchmal hörten wir sie in ihrem Zimmer herumlaufen. Auch nachts verließ sie das Haus nicht. Ron blieb auf, um das sicherzustellen. Ich hasste ihn dafür, dass er sie geschlagen hatte. Umso mehr hasste ich mich dafür, dass ich hoffte, er hätte zumindest ein wenig Vernunft in sie eingeprügelt. Ein Jahr verging. Ron und ich lebten uns auseinander. Wir waren Fremde, die zusammen in den Ruinen des Zuhauses lebten, das wir uns zusammen aufgebaut hatten. Ich würde nicht mehr im selben Zimmer mit ihm schlafen, weswegen er in den Keller zog. Ich brachte alle meine Leinwände und Farben nach oben, um sein Gesicht nicht sehen zu müssen. In diesem Juli versuchte Daniel, sich umzubringen. Hätte sie die Pillen und den Wein nicht ausgekotzt, bevor der Krankenwagen ankam, wäre sie tot gewesen. Sie musste bis September im Krankenhaus bleiben. Als sie wieder rauskam, hatte sie sich kein Stück verändert. Sie hatte sich nicht gebessert. Und sie kehrte in ein Zuhause zurück, in dem die Verbitterung ungehindert weitergewachsen war, seit sie gegangen war. An ihrem 19. Geburtstag verschwand Daniel. Zuerst dachten wir, es wäre wieder einer ihrer Dach- oder Friedhofstrips. Sie kam diesmal aber nicht zurück. Nach vier Tagen alarmierten wir die Polizei. Zwei Tage später fanden sie ihr Auto an einem Straßenrand im Wald, ungefähr 20 Meilen weiter. Drei Tage darauf berichteten sie uns, sie hätten im Wald eine leere Packung Pillen und einen Rucksack gefunden. Er war zerfetzt und mit Blut bedeckt. Wir erkannten den Rucksack, da wir ihn Daniel einige Jahre zuvor gekauft hatten. Zwölf Tage nachdem sie den Rucksack gefunden hatten, gab die Polizei die Suche auf. Uns wurde gesagt, dass wenn sie einen Selbstmordversuch gestartet hatte, sie möglicherweise von Wölfen oder Bären gefunden werden konnte und ihre Überreste niemals gefunden werden könnten. Und das wurden sie auch nicht. Eine Woche später beerdigten wir einen leeren Sarg. Monate vergingen. Nicht lange nach der Beerdigung verlor Ron seinen Job. Einfach, weil er nicht mehr zur Arbeit erschien. Ich hatte meinen behalten und mein Lohn war für uns beide mehr als ausreichend. Ich verachtete mich trotzdem dafür, diesen Mann weiter zu unterstützen. Ich verbrachte mehr und mehr Zeit im Büro. Versuchte verzweifelt, mein Zuhause zu meiden. Die paar Kollegen, die von allem wussten, versuchten mich davon zu überzeugen, ihn zu verlassen. Ich weigerte mich. Er war der Mann, den ich geheiratet hatte. Irgendwann würde die Lage sich bessern müssen. An einem Freitagabend im frühen Oktober kam ich von der Arbeit nach Hause. Wie immer begab ich mich in die Küche, um mich um das Abendessen für mich und Ron zu kümmern. Er wusste genau, dass er erst hochkommen soll, wenn er mich die Treppe hochging gehört hat, damit ich alleine in Ruhe in meinem Schlafzimmer essen konnte. Also war ich überrascht, seine Schritte zu hören, als ich gerade Zwiebeln, Karotten und Sellerie für den Eintopf würfelte. Ich schnaubte vor Wut und wollte mich nicht umdrehen. Ich wollte ihn nicht sehen. Daniel und ich haben eine Überraschung für dich. Allein den Namen meiner Tochter zu hören, brachte mich dazu, zusammenzuzucken. Ich drehte mich um, bereit dazu, ihn dafür anzuschreien, sie mir wieder in Erinnerung zu rufen. Doch mein Gesicht verzog sich zu einer Grimasse von verzweifelten, verständnislosen Entsetzen. Neben Ron stand Daniel. Daniel, an den Handgelenken gefesselt und geknebelt. Ihre spindeldürren Arme und ihr mageres Gesicht zierten vernarbte Würgemahle von der konstanten Reibung durch die Fesseln. Die Haare waren ihr bis zu den nackten, blutigen Oberschenkeln gewachsen. Außer mir vor Schock bemerkte ich das kleine Bündel in den Armen meines Ehemannes nicht. Er packte es aus dem Handtuch aus und präsentierte es mir. Meine Knie zitterten und der Raum um mich herum verschwamm. Ich streckte meine Arme danach aus und drückte das Baby instinktiv an meine Brust, als es begann zu schreien. Ich habe gehofft, wir könnten nochmal von vorne anfangen. Tränen sammelten sich in seinen Augen. Er umarmte mich, Daniel und das Baby. Können wir nochmal neu anfangen? Bitte.